Herzlich willkommen und hallo, hier ist Matthias Orff von Orff Telekommunikation hier aus Großen Ritter. Im Baunatal geht es im Moment ja richtig ab, was das Thema Festnetz betrifft und da habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal ein paar kurze Informationen, was Festnetz und Bandbreiten eigentlich bedeutet und welche Möglichkeiten wir da im Baunatal jetzt haben. Zum einen natürlich die klassischen Anschlüsse über die Kupferleitung, die mit Glasfaser noch soweit gar nichts zu tun haben. Bandbreiten so bis zu 16 Mbit. Das ist so das Klassische, was wir bis vor einem Jahr oder zwei Jahren in Baunatal in den Ortsteilen auch zur Verfügung hatten. Danach kam die Netcom, die die Ortsteile von Baunatal ausgebaut hat, mit Glasfaser bis zu den Verteilerkästen. Das sind die Kästen, die wir an den Straßen haben. Da gab es dann 50 Mbit und mittlerweile sogar bis zu 100 Mbit. Ab den Verteilerkästen bis zu den Häusern haben wir dann die Kupferleitung, deswegen ist da mehr Bandbreite nicht möglich. Und jetzt natürlich der Knaller. Die deutsche Glasfaser baut sechs Ortsteile in Baunatal aus und da gibt es dann festhalten bis zu 1000 Mbit. Das kommt daher, dass wir komplette Leitung Glasfaser haben. Bis zu dem Verteilerkasten, vom Verteilerkasten, die Bürgersteige in jedes Haus hinein. Im Übrigen auch in Mehrfamilienhäuser. Und das ist natürlich auch eine enorme Wertsteigerung. Wenn du dich jetzt bis 9.12. für die Glasfaser entscheidest, sparst du 750 Euro. Alle Informationen zu allen Möglichkeiten, was du machen kannst, natürlich bei uns, denn wir haben alle Anbieter. Kommt vorbei, wir freuen uns. Termine kannst du machen auf orf.de slash Termin. Ciao.